Wie kann ich mich als Arbeitgeber authentisch und persönlich meinen Bewerbern vorstellen und natürlich auch verkaufen? Und wie finde ich eigentlich die passenden Bewerber im Internet bzw. wie finden sie mich? Und das ist der zweite Teil meiner Serie zum Thema Recruiting-Film, ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich immer wieder selber auf der Suche bin nach neuen Mitarbeitern, nach wirklich guten Kräften sozusagen, auch für unsere Projekte, teilweise projektbasiert, teilweise aber auch fürs feste Team. Und heute würde es speziell mal um meine persönliche Meinung gehen. Ich habe jetzt vor kurzem erst bei LinkedIn selber Stellenanzeigen geschaltet und werde auch noch so ein bisschen auf das Thema Film eingehen, weil das natürlich unser Hauptthema hier ist im Kanal von Kreativfilm. Deswegen bleibt dran, es wird spannend, mehr dazu in diesem Video. Und damit nochmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Erstmal schön, dass du dabei bist, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Und heute geht es im zweiten Teil zum Thema Recruiting-Film, das heißt, es geht um die Mitarbeitergewinnung, nochmal um eigene Erfahrungen, nochmal ein bisschen Behind-the-Scenes, nochmal ein paar Tipps, wenn man so will. Und vor allen Dingen auch meine Erfahrungen mit dem Thema LinkedIn. Und am Anfang möchte ich einmal damit beginnen, erstmal zu erzählen, dass ich selber jetzt in den letzten Jahren die Sichtbarkeit von Kreativfilmen sozusagen steigern konnte, um ein Vielfaches, sage ich mal. Und ich an der Stelle erstmal sagen möchte, es gibt natürlich verschiedene Wege, wie ein Bewerber auf die Webseite, auf den Arbeitgeber aufmerksam wird. Wir gehen jetzt immer davon aus, dass wir für ein mittelständiges Unternehmen beispielsweise sprechen, das heißt also jetzt keinem, ich sag mal, Großkonzern, wie zum Beispiel Apple, Microsoft oder vielleicht zum Beispiel auch Adidas, wo man sagen muss, naja gut, die sind bekannt, die werden automatisch auch Bewerber ziehen, sondern wir müssen dafür kämpfen, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir die passenden Bewerber finden und dann die Stellen so besetzen, dass die Leute halt, die passenden Fachkräfte halt genau zu der Stellenausschreibung auch passen. Und dass sie auch motiviert sind und dass sie auch wirklich am ersten Tag schon sagen, das ist mein absoluter Traumberuf. Deswegen habe ich mir heute auch nochmal, ja, einige Impulse aufgeschrieben. Ich möchte an der Stelle erstmal sagen, dass ich selber seit einigen Jahren Ausbilder bin zum Mediengestalter Bild und Ton. Es gibt speziell zum Mediengestalter Bild und Ton hier im Channel von Kreativfilm auch eine ganze Serie von Ratgebern, wo ich nochmal ganz genau auf das Ausbildungsprofil eingehe. Es gibt Jobs, die wir auch über Videos sozusagen anbieten, wenn man so will. Meistens freiberuflich, wir bieten auch ab und zu Praktikumsstellen an. Also wenn dich das interessiert, dann gerne mal hier den Kanal abonnieren und auch mal in den Kommentaren schreiben, was sich da so noch so in nächster Zeit interessiert. Wie ich eingangs schon sagte, also es gibt halt Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten, an Bewerber zu kommen. Und eine Möglichkeit ist natürlich die organische Suche über Google, wenn man so will. Das heißt also eine Suchmaschinenoptimierung zu machen für die eigene Website. Das ist aber eher ein langfristiger Prozess, also ein Prozess, der sich nicht über mehrere Monate, sondern auch über Jahre zieht. Man muss dazu sagen, ich habe also wirklich einige Jahre gebraucht, um eine gewisse Sichtbarkeit aufzubauen. Ich habe immer das Marketing bei Kreativfilm versucht, auch nach vorne zu bringen, eigene Ideen umzusetzen, auch für den Blog Ratgeber zu produzieren und so weiter. Darum soll es heute nicht so sehr gehen. Es soll heute um die schnelle Suche von oder schnelle Besetzung von Mitarbeitern gehen und das beispielsweise zum Thema LinkedIn. Und dazu möchte ich jetzt direkt kommen. Wir kommen jetzt direkt zum Content. Es war so, dass ich nach einem oder immer noch auf der Suche nach einem Producer bin. Es ist ja immer so, dass wir Projektleiter brauchen für unsere Projekte. Und wir speziell für ein Livestream-Projekt einen Producer gesucht haben, einen freiberuflichen Producer. Und das immer sehr, sehr schwierig ist, über kostenlose Seiten zu machen. Ich hatte ja neulich erst hier einige Seiten auch vorgestellt, hier im Kanal von Kreativfilm, wie man auch selber an Jobs kommt. Und logischerweise so Seiten wie DWDL, Crew United und so weiter. Die kann man natürlich nutzen, aber man muss immer schauen, wo spricht man eigentlich eine breite Masse an. Und was mir halt aufgefallen ist bei dieser Stellenausschreibung, ich habe sie versucht, sehr, sehr präzise zu halten. Ist natürlich, dass wir einen unheimlichen Streuverlust haben. Bei LinkedIn ist es momentan, also zumindest habe ich es nicht festgestellt, nicht möglich, die Zielgruppe so einzugrenzen, dass sie auf eine bestimmte Region anspricht. Und dadurch hat man natürlich einen wahnsinnigen Streuverlust. Man ist schon bei, wenn man 20, 30, 40, 50 Euro am Tag als Budget macht. Bei Kost per Klick ist man unheimlich schnell ausgebrannt. Also unheimlich schnell ist das Budget weg, meistens schon nach wenigen Stunden. Und da habe ich mir einfach gedacht, naja gut, es gibt halt vielleicht zwei, drei Profile, zwei, drei Bewerber, die in Frage kommen. Aber ich muss einfach sagen, der Streuverlust war halt so riesig. Es haben sich so viele Leute diese Stellenanzeige angeschaut, draufgeklickt und sich nicht gemeldet, dass es eigentlich nicht wirklich viel gebracht hat. Was mir persönlich immer geholfen hat, sind wirklich diese persönlich adressierten Videos. Ich habe vor, das muss jetzt schon ungefähr drei Jahre her sein, angefangen, die allerersten Videos zusammen mit meinem ehemaligen Auszubildenden quasi im Büro zu drehen, in unserem alten Büro noch damals, und zwar um Kunden direkt zu adressieren. Zum Beispiel zu sagen, Herr Meier, Herr Müller, es ist super, dass wir die nächste zusammenarbeiten. Ich habe noch eine To-Do-Liste für Sie. Bitte erledigen Sie noch, ich sage jetzt mal, bis Montag das und das, bis Freitag das und das. Und das war immer der Anlass, warum ich diese Videos gemacht habe. Ich habe dann relativ schnell Feedback bekommen und gemerkt, dass diese Videos offensichtlich nicht nur bei den Kunden gut ankommen, sondern bei einer gewissen Community, bei einer gewissen Zielgruppe. Die Leute sagen, sie haben Interesse an kostenlosen Content. Sie vertrauen jemandem, der schon seit zehn, jetzt sind es ja schon 20 Jahre, Filmerfahrung hat, der auch viel auf Planung setzt, der da auch viel zu erzählen kann. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, man sollte sich über eine langfristige Strategie für diese Geschichte auseinandersetzen. Eine langfristige Strategie kann sein, zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache einen YouTube-Channel auf, ich zeige da auch Videos, ich zeige Insights, ich zeige wirklich Hintergründe der bisherigen Mitarbeiter, lasse die Mitarbeiter vielleicht auch zu Gespräch kommen, also mal zu Wort kommen in einem Urturm, wo man dann auch wirklich hört, die sind zufrieden, die sind glücklich bei der Arbeit. Und wichtig ist natürlich, das noch zu untermauern. Mit einer gewissen Transparenz meine ich ganz konkret, ich habe das in dem letzten Video auch schon gesagt, also eine gewisse Transparenz zu zeigen, ist auch einfach mal Making-ofs in Form einer Instagram-Story zum Beispiel zu zeigen. Es ist einfach so, dass diese Instagram-Fotos, also wir machen auch Making-of-Fotos bei unseren ganzen Sets, auch einfach zeigen, dass wir Spaß bei der Arbeit haben. Es geht jetzt nicht immer darum zu sagen, naja, bei dem Beruf verdienst du das, also bei der Stelle, das sind deine Aufgaben, das sind ja eher so die Hard Facts. Es geht jetzt so ein bisschen darum, eine emotionale Bindung aufzubauen. Und wenn ich halt zum Beispiel zeige in meinen Ratgeber-Videos, dass wir hier mit einer 8K-Red-Kamera drehen, dass wir Studioproduktion machen, dass wir hochwertiges Licht einsetzen, dass wir überlegen, was sind die besten Konzepte für unsere Kunden, dann ist es auch eine gewisse Art von Qualität. Und diese Qualität kann man natürlich auch wunderbar in solchen Videos verpacken. Das kann natürlich über eine Moderation funktionieren, wie jetzt in meinem Fall. Das kann aber beispielsweise auch über einen Image-Film funktionieren, sozusagen über die übertragene Variante. Das heißt also, man sieht tolle Aufnahmen vom Arbeitsplatz und das sorgt natürlich auch dazu, das führt natürlich auch dazu, muss man an der Stelle sagen, dass der Bewerber auch wirklich sich gut aufgehoben fühlt. Der möchte wirklich gerne da arbeiten, der gibt sich auch wirklich Mühe. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch eine Jobseite bei Kreativfilm ins Leben gerufen und habe da extra ein Video gemacht, wo ich sage, naja, wenn dich wirklich diese Stelle jetzt hier interessiert, dann möchte ich von dir zwei Sachen haben. Ich möchte nicht nur einen klassischen Bewerbungsdurchlauf haben, also sagen wir mal Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben, sondern ich möchte von dir ein, zwei schöne Fotos. Und jetzt kommt es vor allen Dingen ein schönes Video, das du mit deinem Smartphone selber aufnimmst. Also geh hin, nimm dir ein Smartphone und sprech mal ein paar persönliche Zeilen auf. Und das hat wirklich eine kleine Lawine, eine Welle ausgelöst. Die Leute haben sich Mühe gegeben. Ich hatte es auch schon mal überlegt, das hier im Channel zu zeigen, aber das macht man ja eigentlich nicht. Dass die Leute sich wirklich selber mit dem Handy filmen und dann ein paar persönliche Worte dazu sagen. Das wäre also jetzt umgekehrt auch dieses Video jetzt wieder der Geheimtipp sozusagen, was man aber machen kann, wenn man sich so bewerben möchte. Dass man sagt, okay, ich gebe mir mal ein paar mehr, gib mir ein bisschen mehr Mühe, hänge mich mehr rein sozusagen. Und man kann sowas auch wunderbar in eine Stellenausschreibung mit reinnehmen, dass man sagt, naja gut, Auflage ist halt nicht nur eine gute Note, ein gutes Zeugnis, eine gute Referenz, sondern beispielsweise auch so ein kleiner Aufsager gedreht mit dem Handy. Das hat eigentlich jeder in der Hosentasche. Und dann wird man wirklich merken, gibt die Person sich wirklich Mühe. Die wichtigste Kernaussage an der Stelle, und die hat auch immer gut funktioniert, jetzt beispielsweise auch in unseren Videos, wenn es darum geht, jetzt beispielsweise eine Stelle zu besetzen, wir hatten ja mal eine, beispielsweise eine Assistenzstelle zu besetzen, ist das wirklich immer persönlich und authentisch zu machen. Und persönlich meine ich, dass man wirklich die wahren Hintergründe auch so ein bisschen zeigt, dass man ein bisschen Behind-the-Scenes zeigt. Also ein Medium, das ich sehr oft gerne benutze mit meinem Team, da hilft mir natürlich mein Cutter-Team im Hintergrund, da bin ich auch sehr, sehr froh drum, ist halt, dass wir bei den Drehs auch zum Beispiel eine Making-of-Kamera abgesetzt davon mitlaufen lassen und auch einfach Szenen mal Behind-the-Scenes zeigen. Das zeigt einfach so ein bisschen, wie wir uns bei der Arbeit fühlen, denn das ist ja quasi nicht gestellt, das ist ja echt. Und das ist für mich authentisch, das ist für mich auch eine gewisse Qualität, ein gewisser Qualitätsaspekt sozusagen. Und ich finde, das macht auch viele Brands aus, die zeigen dann so Behind-the-Scenes, wie sieht es in deren Büros aus. Der Klassiker ist halt einfach, dass man sieht, wie das Ganze morgens losgeht, morgens um acht, dass die alle zusammensitzen, dass es ein Team-Meeting gibt und dass man sagt, okay, wir haben alle Spaß daran, die Firma nach vorne zu bringen und nicht zu sagen, naja, ich habe jetzt keine Lust und ich möchte eigentlich um 17 Uhr schon wieder Feierabend machen. Das ist das falsche Mindsetting. Mindsetting, es geht hier viel auch um Mindsetting und ich finde, man kann eine gewisse Vorfilterung wirklich schaffen über diese Aspekte, also über den Aspekt des Videos. Weil ich sehe, wird der Bewerber sich an der Stelle wirklich Mühe geben, das muss ich auch wirklich sagen, von wegen macht dieses Video, ansonsten wird das niemals passieren. Und die andere Sache ist, auch einfach mal Eindrücke hinter den Kulissen zu zeigen. Das finde ich also, ja, war für mich immer eine tolle Sache. Wir haben das sowieso mal produziert, wir haben unsere professionellen Kameras dabei. Weil manchmal sind es auch nur Fotos, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Wir haben ja bei den Jobs auch nicht immer so viel Zeit. Auch Fotografien können sehr, sehr gut rüberkommen. Wir bauen zum Beispiel auch eigene Collagen, wo wir auch zeigen, wie wir aussehen beim Dreh. Und wenn das Ganze eine gewisse persönliche Note hat und auch ein Gesicht bekommt, dann funktioniert es eigentlich am besten. Gegen Ende nochmal das Thema Zeit. Ich hatte das ja schon mal im ersten Video gesagt, es geht nicht nur darum, jetzt alles in eine teure Kampagne zu legen und zu sagen, ich produziere jetzt das und das und ich muss recht viel dafür bezahlen, sondern jetzt erst mal das Thema Zeit. Es ist ja wirklich so, dass ich mir einen Mitarbeiter eigentlich dafür absetzen muss. Der muss das Ganze auch überwachen, der muss die ganzen Bewerbungen filtern. Und ich finde, so einen Film, wenn ich den habe, kann ich den auch für viele verschiedene Sachen einsetzen. Also wir machen beispielsweise auch Filme für Crowdfunding-Projekte. Da geht es um wirklich großartige Ideen. Das sind kreative Ideen, die wir sehr, sehr gerne auch mit unterstützen, mit unserer Produktion, mit Ideen, kreativen Konzepten und so weiter. Und worauf ich hinaus will, ist, so ein Film, der hält dann wirklich auch mal Jahre. Also den kann man dann nach einem Jahr nochmal neu produzieren, wenn man neue Mitarbeiter, neue Gesichter reinbringen will. Aber prinzipiell ist der nicht nach 30 Tagen abgelaufen, wie so eine Stepstone- oder Monsteranzeige. Andersrum muss man natürlich trotzdem eine gewisse Vorfilterung vornehmen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist wirklich so, dass wenn man eine hohe Sichtbarkeit hat, natürlich bei Google oder zum Beispiel auch bei YouTube, dann wird man automatisch mehr im Fokus sein und man wird ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und dadurch wollen auch viele hier arbeiten. Man darf das nicht unterschätzen. Aber so ein Video kann eine sehr, sehr gute Vorfilterung sein, indem man zum Beispiel auch den Vorfilter macht und sagt, okay, für eine Bewerbung musst du wirklich ein eigenes Video posten. Ich wünsche mir für die Bewerbung das und das, dass du das und das tust, dass du da ins Handeln kommst. Das sind alles Möglichkeiten, wie man es wirklich machen kann. Und ich hoffe an der Stelle, dass ich schon ein paar Impulse setzen kann. Wie gesagt, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr viel selber beschäftige. Wie gesagt, wir besetzen sehr, sehr gerne auch selber Stellen. Und da geht es natürlich immer darum, was gibt es da für Aspekte zu beachten. An der Stelle würde ich dich einfach mal auffordern, jetzt hier den Kanal zu abonnieren, uns einfach mal zu unterstützen, vielleicht mal deinen Kommentar abzugeben, was dich als nächstes interessiert. Das Thema Recruiting-Film, das werden wir bestimmt noch mal aufklappen bei einer der nächsten Serien. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage Tschüss, bis dann. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage Tschüss, bis dann.